Hi, ich begrüße dich zurück auf meinem Kanal. Du siehst mich heute wieder vor dem Rio 350 stehen. Ich musste sehr kurzfristig meinen Drehplan über den Haufen schmeißen und habe mir gedacht, bei der Gelegenheit zelebrieren wir noch mal ein bisschen das einjährige Jubiläum von meinem Rio. Und zwar jetzt nach dem Rückschnitt. Ich hatte ja in dem Video, was du letzte Woche gesehen hast, extra das alles so wachsen lassen, wie es halt wuchs. Und habe jetzt ein bisschen was zurückgeschnitten. Ich habe ein bisschen was zurückgeschnitten von der Lotuspflanze, genauso auch von der Wasserpest, ein ganz bisschen von der Wallisnerie und mehr aber im Grunde genommen auch nicht. Das ist es schon gewesen. Und ja, da ich beim letzten Mal ziemlich viel gequaddelt habe und erklärt und einfach noch mal zurückgegangen bin, auch in diesem Jahr, habe ich mir überlegt, ich mache das jetzt so, dass ich dir heute einfach das Becken noch mal in ein paar schönen Aufnahmen zeige und mal total die Klappe halte, sodass du die Bilder genießen kannst. Und ich denke, dass wir, wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann in der nächsten Woche auch mit einem neuen Projekt starten können. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß heute bei den Aufnahmen und bin jetzt mal ruhig. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.